Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 255. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch kurz von meiner Krankenwoche und von einer Küchengerätevorführung. Viel Spaß beim Hören. Wie ihr sicherlich hören könnt, ist meine Stimme noch nicht so ganz in Ordnung. Ich bin nämlich schon eine ganze Weile krank. Ich glaube, das müssten jetzt fast zwei Wochen sein. Und die Veränderung oder die Verfassung verändert sich immer wieder einmal. Da denke ich dann gerade so, jetzt wird es besser und die Stimme kommt wieder zurück und der Hals tut nicht mehr ganz so weh wie gestern. Und kaum, dass ich das dann gedacht habe, schlägt die Verfassung dann wieder um und es wird wieder schlimmer. Ja, es ist wirklich verzwickt. Die vergangene Woche war, da war mir dann auch oft schwindig und mir kribbelten dann die Arme und die Beine und wenn ich dann Blutdruck gemessen habe, hatte ich einen Wert von 100 zu 60. Also da seht ihr schon, da steckt noch irgendwas in mir drin, was noch nicht so richtig auskuriert ist. Ja, erzähle ich euch was Schönes. Letzte Woche habt ihr ja die schöne Crossover-Folge mit Kai vom Planet Kai Podcast und mir gehört. Und ich war auch wirklich sehr froh im Nachhinein, dass ich diese Night of the Pods-Folge vom Raucherbalkon auch in meinen Feed einfliegen durfte. Denn aufgrund meiner fehlenden Stimme in dieser Zeit wäre es mir nicht möglich gewesen, eine Episode für euch aufzunehmen. Herzlichen Dank also an dieser Stelle an die Organisatoren der Night of the Pods, dass ich die Datei auch für meinen Podcast-Feed verwenden durfte. Und nochmal ein herzliches Dank für die Organisation dieser tollen Veranstaltung. Ich habe wieder ein paar neue Podcasts kennengelernt, die jetzt natürlich auch in meinem Podcatcher gelandet sind. Und die Veranstaltung selber, die fand ich auch super, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Allerdings, ja, möchte ich da nur noch eine Kleinigkeit anfügen. Ich fand es ein bisschen schade, dass einige der Teilnehmer nur in Anführungszeichen eine MP3-Datei geschickt haben und nicht persönlich anwesend waren. Klar, es wären dann vermutlich noch weniger gekommen und es wären dann vielleicht ein paar Slots ungefüllt geblieben. Aber, naja, ich weiß nicht, ob ich es mir da jetzt nur einbilde oder nicht. Aber die Live-Aufnahmen, die waren doch irgendwie wesentlich persönlicher und herzlicher einfach. Kann sein, dass ich mich da jetzt irre. Ja, sagt es mir, aber vielleicht lag es auch daran, dass ich, wie gesagt, live an diesem Tag vor den Lautsprechern gesessen habe in der Küche, während ich gekocht habe und während ich geputzt habe. Und da habe ich live zugehört. Und da kam das halt besonders deutlich rüber, dass die Live-Personen vor Ort, ja, dass das einfach viel, viel schöner war. In der Konserve hat das wahrscheinlich gar nicht so viel ausgemacht, aber so als Live-Übertragung, als Stream hat man das deutlich gemerkt. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Ansonsten fand ich das wirklich eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich habe die Crossover-Folge mit dem Kai dann noch selbst einmal nachgehört und ohne uns loben zu wollen. Ich fand sie wirklich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Allerdings habe ich mich hinterher auch ein wenig geärgert. Es gab nämlich da doch die eine oder andere Stelle, da hätte ich noch nachhaken sollen. Da hat der Kai nämlich irgendwas total Interessantes erzählt. Und ich merke richtig, wie ich da, oder ich kann mich daran erinnern, vielleicht ist das nur subjektiv jetzt, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn da an der Stelle nicht unterbrechen wollte. Und schwupps war der Moment dann vorbei und ich hatte meine Frage dann wieder vergessen oder Kai war schon beim nächsten Thema oder ich war beim nächsten Thema. Und so habe ich dann doch einiges nicht gefragt. Und während dem Nachhören kamen eben diese Fragen dann wieder hoch. Und ich habe dann gedacht, verdammte Axt, dass du da nicht gleich reingekrätscht hast. Das war doch blöd. Aber vielleicht gibt es ja wieder einmal eine Crossover-Folge mit dem Kai. Wir sind da ja schon relativ geübt jetzt miteinander, haben das ja schon öfters gemacht. Und dann werde ich mir vornehmen, dass ich da gleich dazwischen grätsche und nachhake. Ich möchte es heute, wie gesagt, nicht allzu lange machen. Mir geht es nicht so gut. Aber von unserem Ausflug nach Günzburg in ein Küchencenter möchte ich euch dann trotzdem erzählen. Wir renovieren ja gerade eine Wohnung. Das sollte euch ja eigentlich nicht entgangen sein. In diese neue Wohnung kommt auch eine neue Küche. Und das bedeutet, dass wir auch neue Küchengeräte kaufen müssen. Die Rede ist da von einem Backofen, von einem Herd, einem Dampfgarer, Kühlschrank logischerweise, eine Mikrowelle. Die wird es allerdings nur in einer mobilen Form geben. Also irgend so ein 90 bis 120 Euro Ding wird es dann sein, das man dann auf oder in den Schrank stellen kann. Eventuell mit einer Grillfunktion, damit man auch mal ein Schaschlick drin machen kann oder vielleicht ein halbes Hähnchen oder so. Keine Ahnung, da habe ich mich noch nicht weiter informiert. Aber Mikrowelle wird nur ein einfaches Gerät sein. Aber die restlichen Geräte, die sollen dann doch schon etwas Besseres sein. Die Firma, von der wir die Küchengeräte dann kaufen wollen, die steht schon fest. Es wird Neff sein. Das hat einen einzigen Grund eigentlich. Von Neff gibt es nämlich einen mega geilen Backofen, dessen Tür man versenken kann. Das heißt, falls ihr das selbst noch nicht gesehen habt und nicht kennt, man öffnet die Backofentür, klappt sie also zu sich runter und schiebt sie dann unter den Ofen hinein. Die Klappe ist dann also völlig verschwunden und geht einem nicht mehr vor dem Bauch im Weg um. Und das ist in meinen Augen die geilste Erfindung, die jemals einer für uns machen konnte. Also die ist wirklich so sensationell gut. Diese blöde Klappe, die geht einem ja eigentlich immer um. Außer man möchte was darauf abstellen. Klar, wenn man das gewohnt ist, das geht dann nicht mehr. Aber so eine bin ich nicht. Also ich klappe das normalerweise auf und dann nehme ich irgendwas raus und möchte die Klappe nicht im Weg haben. Ja, und wenn wir dann schon einen Backofen von Neff kaufen, dann wird auch das Kochfeld und der Dampfgarer von dieser Firma sein. Gut, wir können jetzt auch Siemens und der Bosch kaufen. Das ist ja alles das Gleiche von Aufbau und Qualität und ist ja die gleiche Firma, ist ja alles ähnlich. Aber wir haben uns jetzt für Neff entschieden. Was ich euch vielleicht vorab noch sagen sollte, ich habe noch nie mit einem Dampfgarer gekocht. Ich habe also keine Ahnung, ob das etwas für mich wäre, ob ich damit kochen würde. Keine Ahnung. Aber als wir damals den Thermomix getestet haben, ihr erinnert euch sicherlich an meine zahlreichen Berichte darüber, da hat uns jeder gefragt, ob wir einen Dampfgarer zu Hause haben. Wenn ja, dann bräuchten wir nämlich eigentlich den Thermomix nicht kaufen, denn damit könne man auch fast alles machen. Ein Dampfgarer und ein Zauberstab ersetzen jeden Thermomixer, hat es damals geheißen. Und umgekehrt, hast du keinen Zauberstab und hast du keinen Dampfgarer, dann kauf dir einen Thermomixer, dann hast du beides. So, und mit diesen Informationen haben wir uns jetzt also zu einer Kochgerätevorführung von Neff aufgemacht. Eigentlich wollte das unser Küchenstudio für uns organisieren, eine solche Vorführung. Die haben das aber nicht auf die Reihe gekriegt. Und also haben wir uns dann direkt auf der Internetseite von Neff umgeschaut, wo dann auch alle Informationen zu solchen Veranstaltungen aufgelistet sind. Und dort auf dieser Liste haben wir dann einen Termin rausgesucht, der uns gepasst hat, und sind dann nach Günzburg gefahren. Günzburg ist von uns aus ungefähr so 130, 140 Kilometer entfernt. Das war mir persönlich zwar ein wenig zu weit weg, aber es ist eigentlich alles Autobahn und sollte deswegen schnell zu wuppen sein. Und uns passte eben der Termin so gut und deshalb haben wir uns eben dafür entschieden. Und nach, naja gut, einer Stunde, Stunde 15 oder so Fahrzeit, waren wir dann auch schon dort. Mir ging es dann allerdings an dem Tag ziemlich dreckig. Also mein Blutdruck war wirklich im Keller. Aufgrund dessen war ich dann auch hundemüde, bin schier im Stehen eingeschlafen. Mir war kalt und mir war schwindelig. Kurzum, es war keine idealen Voraussetzungen für so eine Vorführung. Und eigentlich hätten wir sofort wieder umdrehen können, denn ich versprach mir aufgrund meines Zustands einfach nicht sehr viel davon. Ich konnte mich nämlich überhaupt nicht konzentrieren und war jetzt mehr mit mir selber beschäftigt. Gut, wir blieben trotzdem. Diese Veranstaltung fand, wie gesagt, in einem Einrichtungshaus für Küchen und Bäder statt. Da war verkaufsoffener Sonntag und in einem der dort aufgebauten Küchenzeilen, in denen war dann auch diese Neffgeräte eingebaut, dort wartete dann der Koch auf uns, der zufälligerweise, wie wir, auch aus dem Allgäu stammt. Er hat wohl früher ein eigenes Restaurant gehabt und jetzt hat er, glaube ich, eine Kochschule und hat auch mindestens ein Kochbuch rausgebracht, ich glaube mehrere, und macht dann eben auch noch diese Kochvorführungen für Neff, weil er nämlich von Neff auf diese Geräte geschult worden ist. Der Typ war dann so ungefähr um die 50, schätze ich jetzt mal, und er war wirklich Koch mit Leib und Seele. Und zusätzlich war er auch noch eine richtige Rampensau, also Rampensau durch und durch. Dem hat man so richtig angemerkt, dass er erstens gerne kocht und zweitens sein Wissen auch gerne mit anderen teilt. Und drittens, er war auch sehr gesellig, das merkte man auch gleich, sehr gesellig. Wie ich darauf dann komme, erzähle ich euch noch später genauer. Erzähle ich euch erstmal, wie das alles ablief. Der Koch hat also gleich einmal ein paar Zutaten rausgeholt. Mehl, Eier, Hefe, ein Rest Tomatensauce vom Vortag, Milch und weiß jetzt nicht was, Salz glaube ich auch noch. Und dann hat er während der Begrüßung schon angefangen, aus diesen Zutaten ein Tomatenbrotteig anzurühren. Den Teig hat er dann in den Dampfgara gelegt und hat den Teig in einem speziellen Garprogramm 20 Minuten gehen lassen. Das gleiche hat er dann auch mit einem Focaccia-Teig gemacht. Ja genau, und dann hat er Zucchini in Scheiben geschnitten und diese auf einer gerippten Grillplatte, die man auf den Induktionsherd legen kann, gegrillt. Während die Zucchini-Scheiben dann vor sich hin gegrillt haben, hat er rote, grüne und gelbe Paprika und Pilze klein geschnitten und in einer Teppanyaki eingebraten und mit einer selbstgemachten Fertigsauce abgelöscht. Teppanyaki ist so eine Art japanische Grillplatte, allerdings ohne Rillen und in diesem Fall auch nicht im Herd fest eingelassen, wie es sonst üblich ist, sondern das war eine Grillplatte, die man auch direkt auf den Induktionsherd draufstellen kann, was ziemlich praktisch ist, weil man sie dann natürlich auch wieder runternehmen und in die Spülmaschine stellen kann. Und diese Platte hat einen ca. 2 cm hohen Rand, sodass man das Geschmorte dann auch gleich ablöschen kann und dann kann man diese ganze Pfanne auch gleich in den Ofen stellen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Unterschied zwischen dieser ungegrillten Grillplatte ist und einer Pfanne, also den Unterschied kann ich euch jetzt nicht sagen, aber mir gefiel das Ding sofort auf Anheb und ich habe dann gleich wieder diese Herzchen in den Augen gekriegt, so von wegen haben will, unbedingt haben will. Wenn man natürlich nüchtern darüber nachdenkt, dann ist es eine Pfanne mit einem abnehmbaren Griff, die man auch in den Ofen stellen kann, wahrscheinlich auch tun. Naja, schauen wir mal. Die, äh, dieses, ähm, der Bagnaki kostet, glaube ich, irgendwas um die 400 Euro, 500 Euro, also auch nicht ganz billig, aber eine richtig gute Pfanne kostet ja auch schon 200 oder 250. Irgendwann hat der Koch dann auch noch ein Lammfleisch und eine Entenbrust rausgeholt und ich glaube, er hat sie vorne weggesalzen und dann auf dem Herd angebraten. Oh, nagelt mich da jetzt nicht fest oder hat er erst angebraten und dann, ich glaube, er hat erst gesalzen und dann gebraten, genau. Und dann hat er das Fleisch bei 100 Grad mit mittlerer Dampfgarstufe in den Ofen gestellt und dort so ab 30 Minuten aufwärts bei Niedrigtemperatur garen lassen. Also 30 Minuten ist Minimum und dann hat er es, glaube ich, nach anderthalb Stunden rausgenommen und hat behauptet, das könnte man noch länger drin lassen, das würde niemals trocken werden. Ah ja, jetzt sollte ich euch vielleicht die Geräte ein bisschen näher erklären. Es gibt von Neff ganz normale Ofen mit diesem geilen versenkbaren Klappe da mit der Ofentür und es gibt separate Dampfgarer. Es gibt aber auch eine Kombination aus beiden Geräten, nämlich einem Ofen mit Dampfgarfunktion. Und da sind wir gerade am überlegen, was wir nehmen sollen. Vorteil von dem Kombigerät wäre, man kann nämlich mit Feuchtigkeit backen, sodass viele Dinge einfach wesentlich saftiger werden. Also egal ob Fleisch oder Hefezöpfe oder Strudel oder Plätzle oder was weiß ich, es wird einfach saftiger und nicht so trocken. Nachteil, die Kombigeräte haben keine Pyrolyse. Und das soll ja auch mal richtig geil sein. Pyrolyse ist, ihr werdet es vielleicht schon wissen und vielleicht auch schon haben, ich habe es hier leider noch nicht, Pyrolyse ist ein Backofen-Innenraum-Reinigungssystem, das den Ofen schnell und effektiv selbst reinigt. Das soll auch mit richtig festklebenden, eingebrannten, hartnäckigen Fettspritzern funktionieren, habe ich gehört. Das hat, glaube ich, eine Kundin vor Ort erzählt. Genau, die hat davon vorgeschwärmt. Die macht das alle paar Monate mal und danach liegt dann nur noch eine Hauch dünner Ascheschicht im Ofen und die könnte man mit einem feuchten Tuch locker rauswischen. Ja, und das wäre dann genau was für mich. Ich kämpfe nämlich auch immer mit allen möglichen Hausmittelchen und Geheimtricks gegen diese eingebrannten Fettspritzer und ich verliere leider regelmäßig. Aber leider haben die Kombigeräte diese Pyrolyse nicht. Und deswegen wissen wir jetzt noch nicht, was wir tun sollen. Ein Kombigerät ohne Pyrolyse oder zwei Einzelgeräte, wo der Ofen eine Pyrolyse hat und der Dampfkarre natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt natürlich auch noch eine Preisfrage und eine Platzfrage und eine Nutzungsfrage. Und da werden wir dann noch die eine oder andere Denkminute benötigen und vorbeigehen lassen, bis wir uns da entschieden haben, was wir da machen. Ja, zurück zu der Kochgerätevorführung, wobei das nicht viel mit einer Gerätevorführung zu tun hatte. Also er hat uns schon unsere Fragen beantwortet, die wir gestellt haben. Wenn wir irgendwas zu den Geräten wissen wollten. Aber meistens hat er nur gekocht und dabei auch einen Heidenspaß an uns gehabt. Wie wir sein Essen genossen haben, wie wir ihn gelobt haben, wie wir gestaunt haben, wie schnell das alles geht. Er hat dann auch viele Geschichten aus seinem Arbeitsleben erzählt, wo er gelernt hat und wie man Fleisch richtig gart. Ach ja, ein Ernährungsberater ist er wohl auch noch nebenbei. Jedenfalls hat er uns ganz viele tolle Sachen erzählt und er ist dabei aufgegangen. Also wie so ein Michelin-Männchen. Das war echt der Oberhammer. Ein Entertainer vor dem Herrn. Und deswegen habe ich vorhin nämlich behauptet, dass er sehr gesellig war. Also er hatte an uns die reinste Freude. Dadurch, dass er nicht auf Provisionen gearbeitet hat, musste er auch die Nestgeräte nicht in einer Tour anpreisen. Und er musste auch uns hier keine Verkaufstour starten bei uns. Das wollte er auch nicht, hat er gesagt. Er wollte uns nur die Angst vor dem Gebrauch dieser neuen Geräte nehmen, hat er gesagt. Einerseits fand ich das recht gut, denn dann war das nicht so eine aufdringliche Verkaufssache, wie man das sonst so von Thermomix und Tupper und so kennt. Andererseits fand ich das aber auch schade, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte viel mehr darüber erfahren können, also was die Geräte so alles drauf haben, wenn er mehr davon erzählt hätte. Weil ich weiß ja nicht, was die Dinger so noch für Sachen können. Ich habe mich ja damit jetzt noch nicht so auseinandergesetzt und habe noch keine praktischen Erfahrungen. Und deswegen hätte mir das schon gefallen, wenn er gesagt hätte, ja irgendwie, ach, Sie wollen ein Hähnchen machen, das ist überhaupt kein Problem. Dann haben Sie dieses Zubehör und dann machen Sie es so und so und so. Oder wenn Sie dies oder jenes machen wollen, dann machen Sie das so. Oder damit kann man auch dies machen und damit kann man jenes machen. Also so ein bisschen anpreisen wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, um einfach alle Funktionen der Geräte kennenzulernen. Ja, aber so war es dann eher eine Kochvorführung mit Neff-Geräten und das hauptsächlich mit diesem Neff-Koch-Feld und den Grillplatten, die man da draufstellen konnte und weniger eine Neff-Geräte-Vorführung. Also, ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ich habe jedenfalls hinterher festgestellt, ich bin, was die Geräte angeht, genauso schlau rausgegangen, wie ich reingegangen bin. Und mein Fazit lautet, wir müssen unbedingt noch einmal eine andere Koch-Geräte-Vorführung anschauen gehen. Eine Vorführung, die mir dann bei der Kaufentscheidung vielleicht weiterhilft. Es war wirklich alles gut, was der Mann da gemacht hat, keine Frage. Aber da ich vorher eben keine Angst vor diesen Geräten hatte, konnte er mir dann in diesem Moment auch keine Angst nehmen. Denn der Fakt ist, dass wir dieses Dampfgargerät auf jeden Fall haben wollen. Wir wissen eben nur noch nicht, ob Kombi oder einzeln. Was noch ganz witzig war und auch für euch vielleicht ein bisschen unterhaltsam, also nicht informativ, aber vielleicht unterhaltsam sein könnte, ist, das Ganze fand ja in einem offiziellen Küchen- und Badstudio statt. Dort war verkaufsoffener Sonntag an dem Tag. Und außer uns waren natürlich noch ganz viele andere Leute in diesem Möbelgeschäft unterwegs. Viele kamen dann auch an dieser Koch-Vorführung vorbei, blieben dann auch stehen, manche länger, manche kürzer, und gingen dann aber auch weiter. Und sechs von uns hatten sich aber an dieser Kochtheke und ein Stück daneben Stühle ergattert und diese auch in Beschlag genommen. Und wir sechs saßen jetzt dort wie felsenfest, wie festgeklebt, von 12 bis 17 Uhr, also geschlagene fünf Stunden, saßen wir dort auf unseren Plätzen und hatten einen Heidenspaß an dieser Vorführung. Hinterher kam ja dann so der Gedanke, ja, Mensch, war das überhaupt in Ordnung? War das cool von uns oder war das eher blöd? Denn fünf Stunden da sitzen bleiben und diese Vorführung für andere zu blockieren, ist ja nicht besonders nett. Aber im Grunde brauchte ich mir da echt überhaupt keine Gedanken machen. Es kamen ja immer wieder Leute vorbei, die blieben dann kurz stehen, stellten Fragen, kosteten dann auch von dem Essen, kauften vielleicht eines seiner Kochbücher oder nahmen noch einen Neff-Prospekt mit und gingen dann eben weiter. Die hätten ja ebenso stehen bleiben können wie wir auch. Es gab also wirklich die Möglichkeit, auch länger an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Dass wir so lange da verhockt sind, das störte dann auch niemanden. Also vor allem dem Koch störte das überhaupt nicht. Der hatte ja den Spaß an uns. Und er freute sich dann auch richtig riesig, seine Kochkünste uns vorzuführen. Und wie gesagt, es konnte ihm auch egal sein. Er arbeitete ja nicht auf Provision. Also von dem her war wirklich alles super in Ordnung. Wir hatten Spaß, er hatte Spaß. Und es hat uns wirklich viel weitergebracht. Wir haben dann hinterher auch sein Kochbuch gekauft. Nicht unbedingt, weil wir es unbedingt haben wollten, sondern vielmehr, weil wir uns auch irgendwie, ja, erkenntlich zeigen wollten. Also er wurde ja von Neff bezahlt. Also für uns war es dann kostenlos. Aber trotzdem es für uns kostenlos war, wollten wir uns ja irgendwie erkenntlich zeigen. Und ihm jetzt irgendwie Geld in die Hand drücken, das fand ich jetzt in dem Moment ehrlich gesagt ein bisschen doof. Und deswegen haben wir uns auch dieses Kochbuch dann gekauft. Und er hat sich dann auch riesig gefreut, als wir sechs dann auch jeder ein Kochbuch und jeder so eine Fertigsauce noch gekauft haben. Da war der dann auch glücklich. Und ja, war für beide Seiten ein gelungener Tag. Die beiden Pärchen, die da mit uns an dem Tresen noch verhockt sind, die haben sich dann, ja, die haben untereinander dann noch Adressen ausgetauscht. Und die haben sich auch so super miteinander verstanden, dass sie, ich glaube, die wohnen dann auch irgendwie in der Nähe voneinander und haben sich dann, glaube ich, noch zum Kochen verabredet, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also war wirklich ein ganz toller Tag für alle. Gut, das war's. Das soll's gewesen sein. Denn, wie gesagt, mir geht's heute nicht ganz so gut. Kopfschmerzen, Stimme merkt ihr ja auch, ist noch nicht in Ordnung. Und Kreislauf, ach, alles nicht so. Man wird halt alt. Deswegen ist die Episode heute ein wenig kürzer. Ihr nehmt es mir sicherlich nicht übel. Und ich, ja, würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet. Wieder reinschaltet, klar, wenn ihr wieder downloadet. Nimm mir eine Folge wieder runterladet. Und, ja, bleibt gesund. Macht es nicht so wie ich, sondern bleibt auf jeden Fall gesund. Macht es gut. Servus. Applaus Applaus Vielen Dank.